Guten Morgen liebe Traderinnen und Traders. Sorry für die kleine Verspätung, Facebook hat mich aufgehalten, hat ein bisschen länger gedauert den Stream heute zu starten. Nichtsdestotrotz freue mich, dass wir hier wieder live dabei sind, viele Zuschauer dabei haben. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße an dieser Stelle und natürlich hier und jetzt die Einladung mit mir zusammen in ein paar interessante Chartsituationen zu schauen. Im Blog genannt US-Dollar, kanadischer Dollar, Kan-Dollar, japanischer Yen und britischer Fund, Schweizer Franken. Das ist heute sozusagen auf der Agenda für die Analysen um die Handelsideen. Dann gibt es natürlich auch gerne Raum für Fragen. Das heißt an dieser Stelle bitte einfach in die Chats reinschreiben, was interessiert. GoToWebinar und Facebook bietet das Ganze hier an. Die, die jeden Tag hier zuschauen, wissen ja genau, wie es funktioniert. Also Freunde, rein damit in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne um die Wunschmärkte. Im zweiten Teil dann sozusagen gehen wir auf das Thema ein, was ich gestern schon angekündigt hatte. Und zwar, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal schauen wollen, wie das Thema der Lockerungen in der Corona-Krise auf die Indizes wirkt. Wir gucken auch ein bisschen auf die Währungen. Das Ganze hier an dieser Stelle muss man wirklich gut im Auge haben, damit man nichts verpasst und damit man sich entsprechend an den richtigen Stellen orientieren kann. Und da machen wir heute mal wirklich einen weiten Umschwung. Wir haben ja hier einige Indizes, die wir bei Tickville traden können. Und ich sage an dieser Stelle auch immer, für eine Portfoliummischung, gerade auch für die Swing Trader, macht es Sinn, auch mal den ein oder anderen Index mit anzuschauen. Zumal die Konditionen hier bei Tickville wirklich sehr, sehr kompetitiv sind. Aber das schauen wir uns dann gerne im zweiten Teil auch mit an. Heißt also hier, bevor wir in die Tagesvorbereitung reingehen, der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Das Ganze ist durch und damit schauen wir auf die Nachrichten. Hier nochmal kurz der Sendehinweis für alle diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Hier ganz grob über den Daumen in, nun ja, knapp 20 Minuten, denke ich mal, sprechen wir hier über das Thema die Chancen von DAX und Co. in der Corona-Krise. So, dann kommen wir mal zu den Tagesnachrichten. Da gibt es heute Nachmittag in den USA die Non-Farm-Payrolls. Da wartet der Markt schon drauf. Arbeitsmarktberichte diese Woche in den USA auch schon bekommen, sehen wir nachher auch in Teilen. Ja, immer noch brutal schlecht, aber teilweise nicht so schlecht wie erwartet. Und that's the good news, guys. Wenn die Märkte nicht so schlecht sind, wie das, was die Analysten erwarten, ist das auch eine gute Nachricht. Es ist, wie es ist. So sind die Dinge. Wir schauen auf das, was wir heute an Tagesnachrichten bekommen. Gekriegt haben wir schon aus Japan den Auftragseingang, nein, entschuldigt, die Ausgaben der privaten Haushalte. Hier sehen wir es. Auch deutlicher Rückgang, aber nicht so schlecht wie erwartet. Deswegen sind die Zahlen hier entsprechend in grün, aber im April minus 11 Prozent. Vorher waren es minus 6 Prozent. Es ist keine schöne Sache, aber wie schon gesagt, nicht so schlecht wie das, was die Analysten erwartet haben. Das ist die gute Nachricht. Auftragseingänge der deutschen Industrie, da braucht man nicht hinzugucken. Das ist einfach megamäßig brutal schlecht hier im April. Minus 25,8, auch noch deutlich schlechter als das, was die Analysten erwartet haben. Aber das ist alles kalter Kaffee. Das ist April gewesen. Jetzt gucken die Börsianer, wollte ich sagen, die gucken sowieso voraus. Aber die Unternehmenslänger, die schauen in die Zukunft. Und da haben wir ja auch schon aus den entsprechenden Meldungen gesehen, die Zukunft ist durchaus wieder etwas besser zu sehen, etwas optimistischer zu sehen. Weil im Endeffekt, was hat denn Deutschland gerade die Industrie? Wir haben ja eine Exportnation. Und wenn sich die Lage in unserer Welt langsam wieder verbessert, dann schauen auch die Firmenlenker ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Ganz klar ist natürlich eins, es kann hier durchaus noch disruptive Situationen geben für das ein oder andere Unternehmen. Ich sage es an dieser Stelle mal ganz offen. Schauen wir einfach mal, wo die Stützungsmaßnahmen auch hingehen sollen. Die sollen ganz klar auch in das Thema der neuen Industrie gehen. Und die neue Industrie ist halt eine Industrie, die die Umwelt auch schonen soll. Thema beispielsweise grüne Fahrzeuge. Das alles sind ja Dinge. Thema Verbrennungsmotoren und, und, und. Das kann schon Veränderungen in der Branche auch geben. Da wird es dann neue Gewinner geben. Da wird es Verlierer geben, ganz klar. Und das sind die Dinge, die man immer wieder irgendwo halten muss. Man hat es ja heute auch gesehen. Jemand, der in der Krise ganz, ganz schwer belastet wurde, ist ja beispielsweise die Lufthansa, die fliegt jetzt aus dem DAX raus. Das sind alles so Dinge. Das kommt hier miteinander zusammen. Aber im grundsätzlichen Bilde, mittelfristig für die Zukunft, schaut es doch besser aus, als das in der Vergangenheit, in den vergangenen zwei, drei Monaten der Fall gewesen ist. Und deswegen schaut man hier eher auf das, was kommt. Was kriegen wir noch aus Großbritannien? Da haben wir diese Woche häufig schlechte Nachrichten bekommen. Auch das Thema der Arbeitslosigkeit ist ja megamäßig heftig in Großbritannien. Wir kriegen hier heute ein bisschen was um die Hauspreise. Wir kriegen die durchschnittlichen Stundenlöhne und bzw. den Halifax-Hauspreisindex. So, jetzt haben wir es. Und die Stundenlöhne, die kriegen wir heute Nachmittag aus den USA. Und zwar im Zusammenhang mit den Non-Farm-Payrolls. Das Ganze hier um 14.30 Uhr. Und die Stundenlöhne, das ist eine interessante Geschichte. Wir hatten ja im Endeffekt im letzten Wiesbuck auch gesehen, dass das Thema der Stundenlöhne schon ein bisschen eine Rolle spielt. Und dass teilweise die Lohnentwicklung halt auch Einfluss auf die wirtschaftliche Phase hat. Deswegen schaut man da auch immer mal so ein bisschen mit hin. Aber es wird jetzt hier keinen brutalen Druck auf die Einkommen geben. Von der Seite her wird das nicht so wichtig sein. Viel, viel wichtiger ist das Thema Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Den letzten Bericht, wir haben es ja gesehen, die Zahl, die wir hier hatten, das ist einfach wahnsinnig viel, was dort entsprechend an Arbeitslosen lau aufgelaufen ist. Jetzt haben wir hier minus 8 Millionen. Das ist das, was hier gezeigt werden soll. Und wir haben ja gesehen, dass wir diese Woche auch positive Überraschungen hatten. Das werden wir gleich sehen. Also das wird momentan ein Event sein, der durchaus auch auf die Märkte sich auswirken kann. Da wird man sehen, ob zu viele Lorbeeren verschenkt worden sind oder ob man dort noch Dynamik reinbekommt. Aber das wird eine Zeit, da sollten gerade die kurzfristigen Trader sehr, sehr genau hinschauen, was der Markt macht, wie er reagiert. Und am Abend dann, wie immer, hier um, was haben wir, 21.30 Uhr, da gibt es die CFTC Reports, also die COT Reportings im Rohstoff- und Währungs- und Indexbereich. Wen das interessiert, da kann man gerne hinschauen, was die Big Boys machen. Das Ganze hier, und dann bleiben wir mal noch eben kurz bei den Nachrichten. Und bei den Nachrichten sehen wir hier mal ein bisschen den Rückblick, was wir diese Woche hatten. Hier, wir sehen es in China, gab es den Einkaufsmanager-Index, der war ja etwas angestiegen, ist grün. Wertigkeit der Zahlen lassen wir einfach mal außen vor, die Zahl ist, wie sie ist. In Deutschland, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, der ist angestiegen im Vergleich zum vorherigen von 34,5 auf 36,6, lag aber leicht unter den Erwartungen der Prognose von der Seite her hier die rote Zahl. Aber es ist immer wieder ein Stückchen Anstieg und der Tropfen auf den heißen Stein ist das nicht zwangsläufig. Wenn wir das immer wieder bekommen, so eine leichte Verbesserung, dann kann man auch sagen, steter Tropfen höht den Stein und das wird dann mittelfristig zu positiven Auswirkungen führen. Aus Großbritannien gab es auch Einkaufsmanager-Indizes am Montag für das verarbeitende Gewerbe, die auch angestiegen im Vergleich zum Vormonat von 32,6 auf 40,7. Aus den USA haben wir den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe bekommen und auch hier gibt es Besserungen. Hier hat man einen Anstieg von 41,5 auf 43,1. Jetzt musste ich schnell nochmal nachschauen. Bei uns in Deutschland, Arbeitslosenzahlen hier an dieser Stelle. Wir sehen es, Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit an sich. 238.000 neue Arbeitslosenzahlen, das ist das, was im Monat Mai hier auf die Agenda gekommen ist. Aus Großbritannien haben wir dann am Mittwoch den Einkaufsmanager-Index bekommen. Heißt also hier eine grüne Zahl. Das ist ein gutes Ergebnis von 13,8, der Anstieg auf 30. Das ist sehr, sehr schön. Sollte, wenn es dabei bleibt und wir hier auch in der Zukunft bessere Dinge sehen, sollte es der Wirtschaft in Großbritannien durchaus unter die Arme greifen. Und dann schauen wir mal hier. ADP, Beschäftigungsänderung am Mittwoch in den USA. Und da sehen wir mal, wie gut, Anführungsstrichen, die Zahl war, ja. Ich muss jetzt lachen. Aber gut, es ist eine grüne Zahl. Warum? 9 Millionen Wörter erwartet. 2,7 Millionen, 2,76 Millionen sind es am Ende nur gewesen. Und das war die gute Nachricht an dieser Stelle. Das dazu. Da muss ich nicht viel sagen. Und wenn wir heute so eine Überraschung auch bei den NFPs bekommen, das könnte die Indizes schon deutlich positiv bewegen. Warten wir mal ab, was kommt. Wir haben ja gewisse Schwankungsbreiten. Das haben wir gestern auch gesehen. Werden wir nachher sehen, wenn wir die Indizes anschauen, dass da nicht eitel Sonnenschein immer nur ist. Aber grundsätzlich ist die Tendenz schon positiv. Aber solche Events, die haben schon hin und wieder Auswirkungen auf die Volatilität. Gerade bei den Indizes. In Teilen natürlich auch bei den Währungen. Und das ist das, worauf wir achten sollten. Deswegen gab es das Ganze hier an dieser Stelle auch immer. ISM-Einkaufsmanagerindex haben wir Mittwoch auch gekriegt. Der auch angestiegen von 41,8 auf 45,4. Und bei den Rohöl-Lager bestanden, da gab es nach den Zuwächsen der Vorwoche in dieser Woche wieder einen Rückgang. Und damit schauen wir noch auf das, was gestern kam. Hier aus Großbritannien der Einkaufsmanagerindex fürs Baugewerbe. Ja, wir haben hier das vorige war 8,2. Jetzt haben wir 28,9. Etwas unter der Prognose von 29,7. Aber definitiv hier wieder ein Anstieg. Und dann hatten wir die FED. Bei den Zinsen der FED gab es keine Neuigkeiten. Aber was wir hier ganz klar sehen, ist das totale Statement der EZB. Und zwar der Wirtschaft in Europa zu helfen. Der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Und damit arbeitet die EZB auch im Einklang mit den europäischen Staaten. Da gibt es also auch Rückenwind seitens der europäischen Staaten. Da arbeitet man sozusagen Hand in Hand. Und das Ganze hilft natürlich. Wir haben hier ein neues Anleihekaufprogramm. Beziehungsweise die Ausweitung um 600 Milliarden. Und das Statement. Wir werden das Ganze so lange machen, bis uns die Banken sagen, es wird besser. Oder die Krise ist vorüber. Das heißt, hier sind die Schleusen weiter offen. Und das, wir sehen es, hilft entsprechend den Aktienmärkten. 10 Märkten. Hier das Ganze, wie schon gesagt, noch der Wochenrückblick. Und wo wir gerade bei den Nachrichten sind, machen wir gleich noch die Nachrichten für nächste Woche fertig. Das heißt, hier die kleine Vorschau auf das, was nächste Woche an wichtigen Nachrichten wartet. Hier an dieser Stelle aus den USA. Am Dienstag gibt es die JOLZ-Stellenangebote. Am Mittwoch auch viel USA hier den Verbraucherpreisindex. Ich denke mal, da wird nicht viel passieren. Wir kriegen die Rohöl-Lagerbestände. Und am Mittwoch ist FED-Tag. Da kriegen wir die Zinsentscheid und die Pressekonferenz der FED. Und das wird wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Gerade bei den Zinsen, da wünscht sich ja der ein oder andere eine weitere Zinssenkung. Die FED sagt, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Die Prognose ist auch, dass der Zins stabil bei 0,25 bleibt. Wir werden sehen, was kommt. Hat auf alle Fälle eine Menge Sprengkraft, dieses Thema. Donnerstag gibt es die Erzeugerpreisindex oder Daten aus den USA. Und am Freitag kriegen wir die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Großbritannien. Das, wie schon gesagt, sind nur die wichtigsten Meldungen. Deswegen hier das Ganze wieder versehen mit den drei Bullenköpfen. Wenn es noch zwischendurch andere Nachrichten bekommen, dann können Sie sich darauf verlassen. Das schauen wir uns jeden Morgen auch an für die wichtigsten Nationen. Das ist ja wie heute auch, dass wir da auch die zweite Reihe der Nachrichten mit anschauen. Und damit gehen wir jetzt rüber in die Charts, würde ich mal so sagen. Und da blicken wir als erstes auf ein Währungspaar. Und zwar das Währungspaar US-Dollar-Kann-Dollar. Für die Facebook-Zuschauer mache ich gleich mal noch den Chart groß, damit man es sehen kann. Für meinen Namen kann ich, glaube ich, auch mitnehmen oder rausnehmen. Jetzt sollte jeder wissen, wie ich heiße. Ansonsten gucken wir jetzt mal auf die Währung. US-Dollar-Kann-Dollar haben wir da. Schöner Abverkauf hier. Verortet innerhalb des Abwärtstrends. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir sind ordentlich weit in die Bewegung reingelaufen. Auch teilweise mit hoher Dynamik nach unten reingelaufen. Und, und das ist jetzt interessant, schaut mal hier, wo ich mit meiner Maus gerade bin. Das Rechteck hier hinten, das war eine Gap hier an dieser Stelle. Ich drehe mich mal kurz so ein bisschen zur Seite, damit man es im Video auch besser sehen kann. Schaut mal hier drüben, da war das Gap gewesen. Und dieses Gap, was wir hier drüben haben, das ist mittlerweile, naja, fast komplett geschlossen worden. Das heißt, das erste Kauflevel hier ist unterschritten worden. Und dann sind wir unten an den Widerstand, beziehungsweise, nein, nicht dem Widerstand, die Unterstützung bei 34, also 1,3440 ran gelaufen. Das ist das Level hier, das Ausbruchslevel. Und wenn wir mal dort an dieser Stelle auch das Hoch mitnehmen wollen, hier an dieser Stelle, schaut mal, da oben, das war das Ausbruchshoch hier, über diese, also als sich der Trend hier fortgesetzt hat, also quasi hier, ich muss mich nochmal kurz zur Seite drehen, hier drüben, dieser kleine Punkt, da, da war der Ausbruch und da sind wir wirklich dran gelaufen. Und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, was passiert. Wir haben nämlich eine weit gelaufene Bewegung, das sehen wir auch hier. Der Trend wird ja eingezeichnet automatisch vom MT-ON-Live-Signal hier an dieser Stelle. Hier wird es jetzt spannend, kriegen wir einen Bounce nach oben, also schnappt der Markt gleich zurück, dann wird es interessant. Erstens kann der Markt hier über diese Marke von 1,35, nein, doch 1,3545 wieder nach oben laufen. Dann haben wir nämlich nach oben hin ein bisschen Weg offen. Wir schauen uns das Ganze gleich in den kleineren Zeiteinheiten an. Das wäre sozusagen das Signal, wenn wir eine Korrektur über die Preisleiste kommen. Wenn wir drunter fallen, unter das Support-Level, dann haben wir den nächsten Anlaufbereich hier drüben. Also hier unten, dieser Kaufbereich hier, da unten, schaut mal, hier die Marke von 1,33, 1,50. Das Level hier unten ist der Kaufbereich und das, wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchfallen sollten, das ist die Marke, in die wir reinlaufen und das wäre dann der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite. Und das Thema Abprall schauen wir uns gleich mal noch an, indem wir hier in den Stundenchart reinkommen können. Und da sehen wir nämlich hier unten so eine, naja, ich will es mal sagen, Versuch einer leichten Bodenbildung. Es ist wirklich erst mal nur ein Versuch. Wir sehen dieses Hickhack, was wir hier auch drinnen haben im Stundenchart hin und her, hin und her. So richtig kommt der Markt hier nicht vom Fleck und er schleicht so langsam nach unten. Wir haben hier an dieser Stelle natürlich auch das Dreieck unten liegen. Schaut mal, wir haben hier fallende Hochs und unten, wie schon gesagt, ist so ein bisschen der Versuch nach Bodenbildung. Und da ist es jetzt natürlich so, wenn sich hier an dieser Stelle der Markt doch nach oben entladen sollte, das heißt hier über die fallende Abwärtstrendlinie drüber zu steigen, das wäre dann die erste Indikation dafür, dass der Markt doch ein Stück weit nach oben möchte. Und dann können wir uns an den entsprechend wichtigen Marken hier orientieren. Und da sehen wir halt hier erst einmal natürlich das Gap-Level, das hatten wir gerade besprochen. Dann kleiner Zwischenpunkt hier oben, dieses kleine Zwischenhoch um die 1,357. Und dann können wir uns schon ein Stück weit nach oben orientieren, hier auf die Oberseite hin. Da haben wir hier oben diesen Schwungbereich bei 1,373. Das ist auch hier dieses Verkaufslevel an dieser Stelle. Und wenn das rausgenommen wird, dann kann der Markt sich noch ein bisschen weiter nach oben mit entfalten an dieser Stelle. Da haben wir hier oben das Zwischenhoch um die 1,3824. Und dann das Ausbruchslevel hier, das ist diese Marke, die wir im Tageschart auch gesehen hatten. Hier, als der Markt deutlich dieses ehemalige Unterstützungslevel nach unten rausgenommen hat. Das wäre mal, wenn wir hier eine deutliche, entsprechende Gegenbewegung bekommen. Und dass sowas auch immer mal passiert, sehen wir ja auch am historischen Chatverlauf. Manchmal braucht es ein bisschen, bis so ein Anlauf kommt. Wir sehen es auch hier an dieser Stelle, da ging es auch eine Weile erst hin und her. Und dann kam der Schub nach oben und das beobachten wir jetzt hier an dieser Stelle auch sehr, sehr deutlich. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, guckt mal hier drüben. Da hatten wir auch hier so eine leicht abwärts fallende Trendlinie. Und als die dann tatsächlich überschritten wurde, dann wollte der Markt auch ein ganzes Stück weit höher. Und das ist das, was wir jetzt durchaus hier unten auf der Unterseite mit spielen können. Wir müssen einfach nur abwarten, was passiert. Wenn es dann drunter geht, naja, ganz klar, dann ist hier die 1,344 da. Das ist sozusagen der Unterstützungsbereich. Wenn der wegfällt, dann ist der Weg nach unten. Erst einmal ein Stück frei hier mit Blick auf den Stundenchart im US-Dollar, kanadischen Dollar. Und damit gehen wir weiter. Wir bleiben beim kanadischen Dollar, stellen den allerdings jetzt mal vorne ran und schauen auf die Währung kanadischer Dollar, japanischer Yen. Und hier sehen wir mittlerweile eine sehr, sehr interessante Situation. Als ich vorhin den Blog geschrieben habe, war die Währung noch ganz knapp unter dem Tageshoch von gestern. Das ist nämlich eine sehr, sehr interessante Marke an dieser Stelle. Wir sehen hier in diesem Chart jetzt das Ganze hier mal der Tagesschart und wohlgemerkt absichtlich auch der Tagesschart. Wir sehen hier in diesem Tagesschart aktuell die Situation, dass wir hier einen Widerstandsbereich hatten, wo wir hier unten drunter nochmal kurz kontrahiert hatten und dann mit ordentlich Dynamik oben drüber ausgebrochen sind. Aus diesem Grund der ehemalige Widerstand jetzt eine Unterstützung. Und diese Dynamik, die hat sich natürlich sehr, sehr weit entsprechend nach oben auch ausgedehnt. Wer sich das Ganze jetzt anschaut auf Tagesbasis, wir haben hier oben diesen alten Verkaufsbereich ganz knapp über den Daumen von 81,5. Das wäre mal ein interessantes Level, wo wir durchaus in diesem Bereich hier oben irgendwo mit einer Korrektur rechnen können. Das heißt, dass der Markt da irgendwann auch mal ein Stück weit durchatmet und dann eine Korrektur macht. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal im etwas kleineren Bereich auch an. Das heißt, ich klicke hier einfach mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Und da sehen wir im 4-Stunden-Chart, dass der Markt so ein, naja, ich sage mal so ein bisschen leicht ermüdet. Ja, das sehen wir auch. Ich muss nochmal kurz zurück in den Tagesschat. Das sehen wir auch zwischendrin, wenn wir uns die letzten zwei Handelstage mal anschauen. Der Markt hat in den letzten beiden Handelstagen immer mal nach unten durchgeatmet und ist dann wieder nach oben rausgekommen. So gestern auch, ne? Schaut mal, nach unten durchgeatmet und dann wieder rausgekommen. Und wenn wir uns das mal anschauen, es wird halt nach oben hin weniger, was an Dynamik rauskommt, aber nach unten hin mehr. Das heißt, der Markt korrigiert immer tiefer und bringt oben ran wenig, also bei der Trendfortsetzung oben weniger raus. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen von einer leichten Abschwächung. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut hier im 4-Stunden-Chart, beziehungsweise wir können uns das Ganze auch einfach mal im Stunden-Chart anschauen. Das ist ja das gleiche Bild, sieht halt nur optisch ein bisschen anders aus. Und was wir da an dieser Stelle sehen ist, wenn wir das mal so ein bisschen verbinden durch die Situation, dass der Markt halt tiefer korrigiert, da flacht sozusagen die Oberseite so ein bisschen ab. Und wenn man da mal unten jetzt noch eine steile Trendlinie dranlegt, ja, da sieht man, wo wir gerade rauskommen. Das ist so ein leichter Keil, der sich dort entwickelt. Und das stellt schon immer so ein bisschen eine Gefahr dar, dass wir durchaus in den Korrekturmodus reinlaufen könnten. Das muss man wirklich auf der Uhr haben, wenn man auch die Verortung anschaut und den wirklich sehr, sehr weiten Bewegungslauf, den wir hier an dieser Stelle haben. Und wenn man das mal sieht und wir tatsächlich eine Korrektur bekommen, dann wird es interessant, wenn wir hier oben rumdrehen, auf das Tief hier unten zu schauen. Das ist das Vortagestief bei 80, 23. Wenn wir dort runterlaufen, dann nehmen wir diesen kleinen nach oben laufenden Trend hier raus. Also sozusagen, Moment, wir gehen mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Ich zoome es größer, keine Sorge. Also dann laufen wir sozusagen hier unten drunter unter dieses Level und da wird sozusagen der letzte Trendarm hier in den 4 Stunden rausgenommen. Und dann haben wir nach unten ein bisschen Luft. Erster kurzfristiger Anlaufpunkt wäre natürlich hier dieses kleine Low, wo wir nach unten intrademarangespiked sind bei 79, 94. Und wenn dieses Level auch rausgenommen werden sollte, im Falle eines Abpralls vom übergeordneten Widerstand, dann ist hier erstmal wenig dazwischen. Dann können wir uns am Ausbruchslevel hier um die Marke von 78, 48 orientieren. Das ist mal so der Korrekturbereich, den wir hier haben. Das ist ganz klar. Wenn wir allerdings weiterhin direkt starke Dynamik bekommen, dann wird es natürlich interessant, wie es dann ausschaut. Ob wir dann direkt nach oben durchlaufen, ich kann es mir schlecht vorstellen, weil wir dann doch wirklich extrem weit gelaufen sind. Aber egal wann es kommt und wie es kommt, wenn wir tatsächlich dieses alte Verkaufslevel hier, was wir im Tagesschart sehen, hier oben um die 81,5 rausnehmen, dann sehen wir halt, hier ist nicht wirklich viel, was auffällt. Und da haben wir dann schon das Potenzial, weiter nach oben zu laufen. Hier Richtung 84,6. Also da ist nach oben hin viel, viel Luft, was wir nutzen können. Und da schauen wir uns einfach mal an, was kommt. Wie schon gesagt, wenn eine Korrektur kommt, ein paar kleine Anlaufmarke haben wir. Und wenn wir dann aus der Korrektur rumdrehen beispielsweise, dann können wir den Korrekturhandel betreiben und nach oben legen. Also das Teil ist auf alle Fälle etwas für die Watch, für diejenigen, die sich sagen, ich möchte aus, sage ich mal, der Korrektur des Aufwärtstrends treten. Und diejenigen, die kurzfristig die Korrektur handeln wollen, da ist es auch schön geeignet, weil wir wirklich in einer weiten Bewegung stehen, vor einem Widerstand. Da könnte es durchaus auch mal sein, dass der Markt ein Stück weit runterläuft. Hier der Blick sozusagen in den Tagesschart vom kanadischen Dollar, japanischen Yen. Und dann gucken wir jetzt noch auf das Währungspaar britischer Fund Schweizer Franken. Die Währung wartet momentan mit einer Flagge auf uns. Kurzen Augenblick, Chart mal raussuchen. Hier haben wir es. Fund Schweizer Franken. Ja, ich sage es, vier Stunden Chart, Aufwärtstrend ist da. Wir sehen es, eine schöne Flagge und der Markt läuft nach oben. Auch hier, als ich vorhin das Ganze geschrieben hatte, sind wir sozusagen im Ausbruch gewesen. Jetzt schreibt sich der Ausbruchstrend nach oben hin fort. Wir haben hier eine Situation, wenn wir uns den Tag mal anschauen, dass wir doch in einer relativ breiten Range hier hin und her schwanken. Heißt also, wir hatten hier unten das Zwischentief bei 1,17280, oben der Deckel drauf bei 1,222. Und das Potenzial nach oben hin, die Oberseite anzutesten, besteht durchaus. Aber hier an dieser Stelle, wir sind hier in einer Range. Und da gucke ich mir halt gerne auch mal die kleineren Zeiteinheiten an und nehme die kleineren Zeiteinheiten als Handelsansatz. Und da haben wir sozusagen hier, im kleineren wäre das jetzt hier der 4-Stunden-Chart, der hier nach oben trennt und hier die schöne Flagge gegeben hat. Und wir haben hier durchaus noch ein paar Chancen. Chancen auf beiden Seiten, zur Oberseite wie auch zur Unterseite hin. Heißt also, wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, hier die Oberseite. Ich gehe jetzt mal hier kurz in den 15-Minuten-Chart rein. Ich mache mal ganz kurz auch den Time-Frame-Rouse hier an dieser Stelle. Den brauchen wir nicht. Hier, schaut euch das mal an. Das hier schön, die Flagge, die ist nur grob skizziert hier an dieser Stelle. Also das Ganze hier müssen wir irgendwo hier an diese Richtung ranlegen. Also das war sozusagen der Kanal an dieser Stelle, der Abwärtskanal. Das waren die fallenden Hochs an dieser Stelle. Und schaut mal, hier sind wir schön drüber rausgelaufen. Erster Bruch nach oben hin. Hier mal angelupft, das war aber nach Oberseite, dort dann drüber gelaufen. Dann korrigiert und jetzt sind wir schön auf dem Weg nach oben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im 15-Minuten-Chart anschauen, für die kurzfristigen Trader, da wird es jetzt interessant, wie entwickelt sich die Korrektur weiter? Wo läuft sie hin? Da wäre mal hier dieses Level ganz grob um die 1,2064. Also das sind immer so Schwungbereiche. Also bitte hier auch nicht auf die letzte Nachkommastelle sozusagen festlegen. Aber hier ganz grob, dieser Schwungbereich, den sollte man beachten. Wenn es hier zu einer Umkehr kommt, dass der Markt hier direkt wieder Käufer findet, wäre das sehr, sehr positiv zu sehen. Und dann könnten wir hier oben in diesen Bereich, dieses Zwischenhochs bei 1,2094 erstmals reinlaufen und den Weg danach nach oben hin fortgehen. Hier. Und das wäre halt auch hier dieser Verkaufsbereich. Wenn der rausgenommen wird, wird das schon ein positives Zeichen. Und der nächste Anlaufpunkt, schaut mal, hier haben wir ein kleines Zwischen-Swing-Low, Swing-High gehabt. Hier oben haben wir eins gehabt. Und dann stehen wir schon hier oben am Zwischenhoch bei 1,2136. Das sind durchaus Marker, wo die Chance nach oben hin offen ist. Und wenn wir das Ganze nach oben auch noch rausnehmen und dann wieder in den vier Stunden, schaut mal, zurückblicken, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier oben, dieses Level, dieses alte Verkaufslevel bei 1,22. Das ist also mal die Bespielung der Long-Seite auf der Seite, auf diesem Bereich. Das wäre das eine, Nummer 1. Nummer 2, wenn das hier oben schon das Hoch gewesen ist, was wir hier sehen, dann könnte sich hier durchaus die zweite Situation entwickeln. Und die zweite Situation heißt, wir bilden hier einen Abwärtstrend. Das heißt, wir fallen hier unten drunter, unter das kleine Zwischentief drunter. Das heißt, hier, ich ziehe es mal kurz weg, das wäre dann die erste Abwärtsbewegung nach unten hingewiesen. Kleiner Augenblick. So, Nummer 1. Nummer 2, Gegenbewegung. Wo auch immer hin, das ist jetzt, ja, das ist jetzt noch die Frage, wie weit wir ran laufen. Aber wenn wir es tatsächlich nicht oben rein schaffen, dann Nummer 3, wenn dann wieder die Gegenbewegung nach unten ansetzt und wir einen Abwärtstrend bilden, wäre das halt das Signal, dass der Markt wieder auf die Unterseite der Range beziehungsweise auf diese Unterstützung drunter laufen möchte. Heißt also hier unten dieser Bereich rein. Und das wäre sozusagen dann das Bild für die Short-Seite. Das ist das, was die Trader hier auch auf der Uhr haben sollte. Wie schon gesagt, momentan sind wir im 4-Stunden-Trend verortet innerhalb des Aufwärtstrends. Das ist ganz klar. Aber wenn es hier zur Bildung des Gegentrends kommt, das heißt mit Kursen von unter 1,20, dann haben wir durchaus die Chance, weiter runter zu laufen. Und da hätten wir dann tatsächlich den Anlaufpunkt hier in diesem Kaufbereich bei 1,19,62. Und wenn das dann rausgenommen wird, wie schon gesagt, die Unterseite ist halt auch noch da. Und dann können wir uns sozusagen dann hier in diesem Bereich um die 1,18,1 weiter unten orientieren. Beziehungsweise wenn man im kleinen Bereich bleibt, hier auch noch dieses Kauflevel. Also da haben wir durchaus auch Chancen zur Unterseite. Und das ist wirklich interessant. Wobei momentan, bitte darauf achten, wir sind verortet im Aufwärtstrend auf 4-Stunden-Maßes. Das darf man nicht vergessen. Wer jetzt direkt die Short-Seite handelt, der ist gegen den Trend unterwegs. Aber wenn wir hier unten unter die 1,20 laufen, haben wir einen Abwärtstrend. Und dann hat man schon ganz, ganz andere Chancen. Hier im Chart des britischen Fund Schweizer Franken. So, damit haben wir sozusagen die Handelsideen für den heutigen Tag durch. Jetzt schaue ich mal kurz in die Fragefelder rein. Was haben wir hier noch? Kurze Info zu Lufthansa. Das hatte ich ja schon gesagt, dass die Lufthansa aus dem DAX rausgeht. Das ist halt so ein bisschen Thema, ja, wirtschaftliche Entwicklung der Corona-Krise. Tut dem DAX jetzt keinen Abbruch, ist natürlich für die Lufthansa ein bisschen blöd. Dann haben wir hier im Facebook, haben wir keine weiteren Fragen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal mit dem zweiten Teil weiter. Und da habe ich ja gesagt, wir schauen auf die großen Indizes. Und wenn wir auf die großen Indizes schauen, dann halt auch mal so ein bisschen mit Blick auf die Nachrichtenlage, auf die fundamentale Lage, was jetzt so kommt. Und wir schauen einfach mal, was die großen Indizes, beziehungsweise die europäischen Indizes, die wir hier haben, teilweise auch die weltweiten Indizes, was die so alles anstellen. Wenn wir das mal sehen, hier drüben, ich ziehe mal kurz das Fenster hier ein bisschen rüber. Naja, da wollte ich es nicht hinhaben. Kurz einen Augenblick. So. Also, die Marktübersicht an sich, wartet mal, ich zeige euch das mal kurz auf der Website von Tickmüll. Das macht sich jetzt hier im Webinar einen Ticken besser, die Indizes mit anzuschauen. Schaut mal hier, ich mache mal ganz kurz groß. Wenn wir hier mal drauf gehen und die Indizes uns anschauen, was wir hier bei Tickmüll alles traden können, dann hat man halt eine ganze Menge. Schaut mal, wir können Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, die Briten, die Amis können wir traden. Das alles sind Dinge, die wir ohne Probleme sozusagen traden können. Und das macht natürlich Sinn, dass wir uns da mal die Indizes auch anschauen, um hier, schaut mal hier, das haben wir dann da und da können wir uns das Ganze in Ruhe jetzt mal mit reinziehen in die aktuelle Marktbesprechung hier. Oh, ich sehe gerade noch, wir haben eine Frage noch bekommen. US-Dollar, japanischen Yen soll ich nochmal? Klar, mache ich. Ja, kam ein bisschen spät, habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir es gesehen. Das heißt, US-Dollar, japanischen Yen. Den nehme ich mir gleich mal mit rauf. So, kurzen Augenblick. US-Dollar, japanischer Yen. Na, jetzt ist er da. Also, da haben wir ihn. Auch schön. Vier-Stunden-Chart weit, gut, nach oben angestiegen. Wir gucken uns das Ganze allerdings mal kurz auf dem Tages-Chart mit an, damit wir es hier sehen können. Ich mache die Trenderkennung mal ganz kurz raus. Die stört uns jetzt hier nur. Ja, schauen wir uns den US-Dollar, japanischen Yen mal aus der Nähe an. Aus der Nähe an. Ja, es ist interessant, was wir hier haben. Rein von der Verortung her. Schaut euch mal kurz an, was wir haben hier. Dieser Bereich, das ist ein interessanter Bereich. Oben drüber und unten drunter haben wir die Situation, dass wir von der Abwärtsbewegung in die Aufwärtsbewegung übergehen. Das heißt, schaut mal hier, das wäre die Seite nach unten hingewiesen. Also mit den fallenden Tiefs sozusagen. Jetzt haben wir die Situation, dass wir ansteigende Tiefs haben. Also das ist ein durchaus positives Signal, was wir hier in den Märkten auch mit sehen, dass wir die Oberseite beleuchten wollen. Und das wird jetzt mal interessant, weil wir hier im kleinen Bereich schon den Aufwärtstrend auch drin haben. Der läuft nach oben. Und hier oben an dieser Stelle, was jetzt grün ist, muss ich mal noch eben schnell rot machen. Das ist ein Widerstandsbereich. Und dieser Widerstandsbereich, der ist sehr, sehr wichtig, rein für die Chartanalyse. Wenn wir dieses Level nämlich rausnehmen, dann kann ich hier an dieser Stelle das Ganze nochmal ein bisschen dicker machen und hier nach drüben ziehen. Und da schaut euch das mal an. Wenn der Markt tatsächlich hier über dieses Level drüber fliegt, hier, das also die Marke von, ich sage mal ganz grob über den Daumen, 1095, 1096 in diesem Bereich. Wenn wir da drüber laufen, dann haben wir durchaus Chancen, den Markt wieder weiter nach oben zu beleuchten. Und dann sind die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite. Hier, schaut euch mal an, die Wochenhochs, beziehungsweise die Trendhochs, die wir hier auf der, die Hochs, die wir im Tagesschart sehen. Da haben wir die 111,7 beziehungsweise oben ran dann hier das Hoch bei 112,25. Das sind die Marke, die wir oben haben. Das ist durchaus hochinteressant. Was wir hier an dieser Stelle allerdings auch sehen, was wir so ein bisschen mit dem Auge behalten müssen, ist, wir sind jetzt hier rein von der Verortung her. Jetzt muss ich das mal kurz ein bisschen nach unten ziehen an diesem kleinen Zwischenhoch hier. Und wir sind auch ordentlich weit gelaufen. Und hier sehen wir etwas Ähnliches wie das, was wir vorhin im Can-Dollar-Yen gesehen haben, dass wir etwas, sage ich mal, Müdigkeit sehen, weil die Oberseite so ein bisschen leicht abflacht und die Unterseite ja noch relativ, oder relativ steil geworden ist, beziehungsweise relativ steil ist an diesem Punkt. und hier sehen wir auch, sagen wir mal, dass wir tiefer rein korrigieren, als wir oben rausgehen sozusagen. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, ich mache mal hier kurz den Lower Time Frame rein, da sehen wir es ja auch, es geht nach unten, geht es tiefer, als es nach oben läuft. Und das ist so ein bisschen, dass der Markt weiter in die Korrektur reinläuft, immer so ein bisschen ein kleines Anzeichen von Schwäche. Und wenn sich diese Schwäche durchsetzt, dann könnten wir durchaus eine kleine Korrektur sehen, ohne das große Bild kaputt zu machen. Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wenn das tatsächlich passiert, weil dann haben wir auf der Unterseite kurzfristig die Anlaufpunkte hier an den Swing Lows bei 108.6 plus hier unten das nächste ganz relativ nah bei 108.4 2 liegen. Das wären mal Marker unten rein, beziehungsweise dann auch natürlich hier drüben dieses Ausbruchslevel um die Marke von 108.09 108.1 in etwa. Diese Marker, die haben wir da unten da, sollte es zu einer Korrektur kommen. Wenn wir aber im großen Bild tatsächlich über diesen Hochbereich hier drüber laufen, das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Und was wir da dann haben, ist auch klar, dann haben wir schön einen Markt, der nach oben trendet und uns das Potenzial gibt, tatsächlich hier auch ein ganz Stückchen nach oben mit rein zu laufen. Und das sind doch dann wirklich die schönen, interessanten Sachen, die wir dann hier im Trading entsprechend auch noch mit anschauen können. Das ist der Blick in die Währung US-Dollar, japanischer Yen. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt weiter hier an dieser Stelle mit der Chartbesprechung im zweiten Teil. Das heißt, hier schauen wir uns jetzt einfach mal an das Index Spezial, die Chancen von DAX und Co. in der Corona-Krise.